Moin, herzlich willkommen zurück bei der nordfriesischen MarschMap 3.0 ohne Gräben. Ja, mir ist gerade aufgefallen, dass ich jetzt in meiner Session gerade einmal ein komplettes Video gar nicht aufgezeichnet habe, was natürlich sehr ärgerlich ist. Dadurch fehlen euch Informationen, falls ihr die anderen Videos alle guckt. Mich ärgert das maßlos. Ich habe das nicht mitgekriegt. Was haben wir gemacht in der Zwischenzeit? Zwei Felder sind jetzt schon vom Stroh befreit. Ein Feld hat noch Stroh. Das ernten wir gerade ab, wobei der Traktor hier gerade Probleme hat. Den befreien wir mal. Und wir sehen mal zu, dass der Richtung Silo fährt. Kurzbeginnen am nächsten Wegpunkt. Fahrer einstellen. Jo, das soll wohl laufen. Series 7 hat die Aufgabe erfolgreich erledigt. Das ist sehr schön. Fahrer einlassen. Die Wegpunkte können wir löschen. Und wir fahren jetzt auch einfach mal. Ja, komm, wir fahren jetzt alles ins Silo. Wir machen das jetzt konsequent. Ich werde jetzt noch nicht anfangen zu sehen, weil ich noch die Kultivator-Density austauschen muss. Das werde ich dann erst machen, wenn das andere Feld auch noch komplett abgeerntet ist. Da das aber noch nicht der Fall ist, mache ich das noch nicht. Könnt ihr verstehen, hoffe ich. Jetzt stehen wir hier hinter. Ja, los, komm, mach die vom Acker. Muss nicht glatt, das kann gelaufen werden. So, rausschmeißen. Eigentlich könnten wir den... Jetzt kommt mein großer Transporter da wieder. Können wir eigentlich auch gebrauchen hier, um Sachen zum Kompost zu fahren. Na, ich lasse ihn erstmal mal hier stehen, falls wir ihn gleich noch brauchen. Den Traktor müssen wir auf jeden Fall sauber machen. Den fahre ich schon mal direkt zum Kärcher. Der sieht ja aus unfassbar. Geht ja auch keine Kuhhaut. Ja, vollgetankt ist er. Das ist, glaube ich, der einzige, der getankt wurde bisher. Aussteigen, nein, ich will nicht sauber machen. Der ist ja sauber, falls es ihm nicht aufgefallen ist. So. Einfach so gegen eine unbeleuchtete Faust gelaufen. Unglaublich. Was machen wir mit dem? Am Fahrer entlassen. An den gehen wir jetzt, um hier jetzt mal im großen Stil Abfutter herzuholen. Mischration. Damit die da weiter produzieren können. Ich brauche die ja eh hier im Kuhstall. Dann kann ich mir die auch komplett hier ins Hofsilo kippen. Kann die da arbeiten lassen. Das macht ja sonst keinen Sinn. Zumindest machen wir uns jetzt erstmal hier zwei von den Auffliegern rüber. Dann können die da weiter arbeiten. Dann weitermachen. Aufpassen hier mit der Brücke. Hallo Schafe. Pulloverschweine, wie wir hier im Norden sagen. Alles für so große Gespanne. Teilweise recht eng. Dann ist auch schon ganz schön was drin. Kann man nicht einmal sagen. So. Befilmen wir hier jetzt erstmal. Da drin. Kann man was sagen? Passt denn da rein? 300.000 passt da rein. Kann ich auch den anderen auch locker zweimal fahren lassen. Mit dem hier bin ich ja auch gleich nochmal da. Mit dem ich ja noch Stroh hierher bringen will. Weil da glaube ich das ganze Stroh sonst gar nicht unterbringen im Hofsilo. Äh, nur eine Kapazität von einer Million. Linkslenker. Nein, äh, Rechtslenker meine ich. Nein, natürlich nicht. Traktor zum Hof. Den machen wir auch danach erstmal richtig sauber. Da kann man aber mal einen drauf lassen. Der muss getankt werden. Bei der Gelegenheit können wir Zuchtmaschine und Anhänger dann auch irgendwie mal wieder schön sauber machen. Mit Ration können wir auch mal was gleich mal in den Kuhstall bringen. Die brauchen bestimmt auch mal wieder was. Auf, neun. Der Arm-Silo ist voll. Sache hier. Die kriegen gar nicht so viel Stroh hier rein. Ja, 42%. Briecht das Stroh auch gar nicht so schnell hier raus, wie die anderen das hier rein fahren. Passt. Dann los. Komm. Auch nicht so schnell, ne? Das eine rein kippen, das nächste rausholen. Ah, Stroh. Eine Million da drin. Und ich hier so lächerliche, weiß ich nicht wie viel tausend raus. Der Axion, der macht mir das dann gleich wieder voll. Können wir doch gleich erstmal Stroh wegbringen. Bei der Fabrik können wir noch was bringen. Da habe ich einen Kurs. Das geht automatisch. Müssen wir dann mal aufhören zu produzieren. Geht ja oft keine Kuh auf. Vielleicht hätte ich doch Ballen machen sollen. Vielleicht hätte ich einfach noch mehr Ballen machen sollen. Ich weiß es nicht. Eigentlich aus Stroh, eigentlich aus Silage machen. Also hier im Spiel geht das bestimmt, oder? Was in Wirklichkeit geht, wäre dann die nächste Frage. Oh, hier geht's rum. Rilly macht da schön den Schmutzbereich sauber. Den Schafen geht's gut. Wir bringen hier mal wieder. Wir bringen hier mal wieder. Wir bringen hier mal ein bisschen Stroh hin. Aber sehr viel mehr Stroh kann ich hier auch schon nicht hinbringen. Dass dann hier nämlich auch gleich alles voll ist. Wir stellen uns mal hier in die Schlange für Mischrationen. Wir holen hier noch ein bisschen Mischrationen weg. Hab ich auch nicht gedacht. Zu viel Produzieren sozusagen. Wir können so einfach noch mal ein paar Kühe kaufen. Geht natürlich auch. Fressen da ein bisschen mehr. Wir produzieren noch schneller Milch. Noch mehr Milch vor allem. Reicht das schon? Ja, das reicht schon. Mal gucken, wie viel er los wird. 40% hat er noch. Farm-Silo ist voll. Unglaublich. Geht jetzt mit 34% Stroh wieder dahin. Kann es ja auch irgendwo nicht sein. Wollen wir jetzt gleich hier einfach mal zwei von diesen Kippern voll mit Stroh. Bringen die zur Pelletfabrik. Den anderen schicken wir los zum Kompost. Weil hier haben wir ja genug. Mischrationen haben wir so viel. Mal aussteigen. Hier. Zum Befüllen schicken. Und wir fahren jetzt los und erleichtern das Farm-Silo mal ein bisschen. Wir bringen ein bisschen was von dem Kram zur Pelletfabrik. Jetzt kriegen wir das ganze Stroh ja nicht unter. Oder wir müssen uns noch so eine Essie-Gohlweil oder was Presse holen, wo man das lose Stroh reinhauen kann, der einem dann Ballen davon macht. Das ginge natürlich. Das könnte man tun. Aber machen wir nicht. Wir gehen dann lieber demnächst noch mal ein bisschen Gras ernten. Machen da dann noch mal Silage von. Können wir ja auch gebrauchen. Alles wird gut. Das war doch etwas gewagt. Ja, jetzt kippt der andere wieder. Kann ich nicht ändern. Ist eben so. Das war mit Leben. Schön leer. Intere. Wir gehen leer machen. Stroh laden. Na, der Klaas Axion ist auch schon wieder auf dem Weg hierher. Mal schnell Platz. Da wird jetzt sowieso nichts los. Weil einfach das Farm-Silo voll ist. Natürlich echt doof ist. Das beeilen, dass wir hier schnell Schnell Stroh rausholen. Ja, los. Rausholen. Es geht schneller, als der das einfüllen kann. Das kann ich mal sehen, was der für eine Kapazität hat. Ähnlich war das nicht. Ja. 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 Ja, aber ich glaube, der konnte sich zumindest komplett leer machen. Hey, konnte er nicht. Ist ja doof. Wieder eine Million. Ich habe da jetzt 59.000 rausgeholt und der konnte sich nicht mehr ganz leer machen. Was ist denn das für eine Hammer-Maschine? Tja, unglaublich. Unfassbar. Ja. Das soll es ja für heute gewesen sein. Wie ich das Ganze zur Pallet-Fabrik bringe, seht ihr in der nächsten Ausgabe. Vielen Dank fürs Einschalten. Hat mich sehr gefreut. Würde mich freuen, wenn ihr mir ein Like dalasst. Wenn ihr mich abonniert oder kommentiert. In diesem Sinne sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal.